Was ist denn nur mit Robert Lewandowski los, wenn er für die polnische Nationalmannschaft spielt? Das Spiel läuft gerade noch während der Aufnahme, also Mexiko gegen Polen, zum aktuellen Stand steht es 0 zu 0. Es gab einen Elfmeter, einen Elfmeter, den man auch definitiv geben kann, wenn man ihn sich nochmal anguckt. Lewandowski holt ihn raus, schießt ihn selbst und Ochoa, diese absolute Legende im Tor von Mexiko, erhält einfach den Elfmeter von Robert Lewandowski. Robert Lewandowski hat von 44 letzten Elfmetern 40 getroffen und jetzt versagt er vom Punkt und man hat es ihm schon angesehen. Irgendwie, wenn er für die polnische Nationalmannschaft spielt, dann ist er gefühlt so ein anderer Spieler. Natürlich hat er da nicht die guten Vorlagengeber, wie jetzt zum Beispiel bei Bayern er sie immer gehabt hat oder auch bei Barcelona immer noch gute Leute hat. Die polnische Nationalmannschaft ist nicht schlecht, aber natürlich ein ganz anderes Niveau als seine Vereinsmannschaften und das merkt man schon, dieser ganze Druck lastet auch komplett auf ihm. Ja, ist natürlich auch klar, er ist der absolute Superstar des Teams mit großem Abstand. Ja, es gibt nochmal Zielinski, so im Tor hat man nochmal Czesny, also es sind auch erfahrenere Leute, aber der Topstar ist Robert Lewandowski mit Abstand. So ein bisschen wie es teilweise früher bei Cristiano Ronaldo und Portugal war, mittlerweile haben sie ja auch viele andere gute Stars. Aber natürlich ist dieser Druck dann wahrscheinlich so groß, dass du dann so im Moment auch versagst. Tut mir sehr leid für Robert Lewandowski, ich hätte es ihm sehr gegönnt, dass er in den Elfmeter reinschießt, aber wie gesagt, er scheitert dort und ja, bestätigt so ein bisschen das Bild von ihm in der Nationalmannschaft, dass es da eben noch nicht gut läuft. Naja, wer weiß, die WM ist noch lang, es gibt in dieser Gruppe viele Überraschungen. Saudi-Arabien ist aktuell auf Platz 1, das hätte ja wohl niemand geglaubt. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, hat er den Ball richtig flach. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und sehen uns später wieder und sehen uns später wieder.